Willkommen zum nächsten Teil des Pyro Advance Calendars. Diesmal haben wir schon den elften. Damit kommen wir auch zum elften Türchen natürlich. Packen wir das Ganze auch mal aus. Habe ich jetzt schon die Verpackung mit dem Topp gemacht. Aber nicht so schlimm. Das sind die Super Cracker von BVD. Eine sehr schöne Varietät aus Holland von 1995. Kein Backcover. Hinten und vorne mit Gips. Aber gucken wir uns das Ganze nochmal gleich draußen an. Viel Spaß mit dem elften Türchen. So jetzt die Super Cracker für euch. Gucken wir noch mal eins an. Haben uns ja eben schon mal einen angeguckt. Hinten und vorne mit Gips. Ja alles hat kein Gips. Dieses Dämmmaterial. Und ja. Dann kommen wir gleich auf uns zur Zündung. So kommen wir zu den Super Cracker an. Die scheppern doch nur ordentlich. Ja. Sehr schön. Noch einen dritten. Ja. Die machen noch Spaß. Weil die so gut sind. Und dann fahren wir auch noch gleich den vierten. Die machen echt Spaß. Ja. Super. Super.